Hi Leute, hier ist es gerade seit Tagen am Regen. Jetzt ist irgendwie schon der vierte Tag und deswegen wollte ich mal raus aus dem Bunkerloch. Unsere ist da hinten hinter dem jetzt gerade und wollte mal ein bisschen zum Wasserfall, weil jetzt, nachdem es so regnet, eigentlich ist jetzt Trockenzeit, total ungewöhnlich, dass es überhaupt regnet und dann halt irgendwie gleich ein paar Tage am Stück. Und jetzt wollte ich mal zum Wasserfall schauen und dann mal reinspringen. Und jetzt ist da mal richtig Wasser und wollte ich da mal ein paar Bilder zeigen. Genau, ich laufe da jetzt gerade mal hin. Ihr hört nämlich schon das Rauschen. Wirkt schon immer laut. Sehr stimmig, der Wasserfall. Sonst ist das nur so ein Mini-Päschchen. Jetzt ist es definitiv ein Wasserfallfall. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist ja cool Sonst war da nie Wasser, wirklich in dem Wasserfall Jetzt bin ich da nochmal, hab mich ein bisschen unter den Strahl gestellt Echt cool Sonst fließt da vielleicht so ein Bächchen wie hier Auf jeden Fall nicht arg Jetzt geht's erstmal zurück zum Bungalow Ja, und das hier ist gerade der Bungalow, wo wir jetzt am Ende noch sind Ich kann euch mal die Aussicht hier drücken Und da unten rechts bin ich gerade zu dem Bach gegangen Oder Wasserfall jetzt mittlerweile In der Trockenzeit Weil vier Tagen Regen Und hier haben wir sogar mehr Blick Da so, wenn man es vielleicht angedeutet sehen kann Normalerweise, wenn es nicht so bewölkt und verregnet ist Ja, genau Ja, echt schön hier Gell, Kati? Ansonsten, mach's gut Ciao Ciao